Moin Leute ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge 2 mit Michi und zwar zur fünften Folge was ich natürlich jetzt erst wieder in die Konfi schreibe aber jetzt gehe ich mal auf den server jetzt gucken wir uns das ganze mal an mal wieder und so wir wollen mal hier noch so ein bisschen das zeug abbauen wir wollte ich wollte mir jetzt angucken was hier hinter diesen game mode okay das ist das ist komisch jetzt mal weg gemacht ich reconnecte mal bin ich jetzt wieder im game mode dann ist es irgendein bug nö keine ahnung sorry nice nice ich hab die erst gefunden michi sehr gut ich weiß aber noch nicht wie viel ich sehe zwei wieder auf jeden fall rüber okay es sind mehr als zwei vier mehr als vier oh geil sechs sieben acht stück hast du endlich mal ein bisschen abgekassiert ich bin fast in die lava gefallen bist du bist du da den hebt ihr aber zwei jahre ich guck mal auf welcher höhe ich jetzt hier bin ich muss doch hier auf 13 oder so sein dass sie so tief bin moment koordinaten nicht verraten 11 bin ich höher 11 ist genau richtig dann das ist das ist das ist das ist das ist ja sehr 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 nice also eine dia spitzhacke bringt einem gar nichts muss ich mal kurz sagen jetzt noch ein bisschen weiter runter das macht doch lieber erstmal eisenschwerter und ich habe an der oberfläche kein zuckerrohr mitgenommen ich glaube ich habe sogar mal was gefunden ich gucke mich noch ein bisschen weiter um umso mehr dia ist umso besser nicht gutes equip zusammenkriege das wäre schon mal eine schöne sache ich durfte hier eigentlich auch noch auf einer angenehmen dia höhe sein halbwegs aber hier geht es hoch in irgendeinem spalt wieder war ich hier nicht schon hat sich wer hoch gebaut ich glaube ich bin in irgendeiner höhle von irgendwem hier hat sich wer runter gebaut gerade ich weiß nicht vielleicht ist es fuzzles höhle bin in irgendeiner höhle ja ein spalt in der höhle das war ist aber nicht meine oder das mit dem game rot war irgendwie das gold da kann das gold von mama mitnehmen und was essen ich müsste eigentlich würde gerne mal wieder an die oberfläche gehen aber ich muss unbedingt noch was und die absfinden das kann ich sein das reicht dann ich brauche noch mindestens so ein zwei hier sind schallplatten mit schallplatten und so drin gefunden aber ich glaube ja schon gelutet von den nametag bucket alles müll aber es könnte sein dass sich hier wer ausgelockt hat ich weiß aber halt nicht wer das könnte durchaus sein vielleicht haben wir auch nikki und so gefunden die brauchen den kram her nicht nehmen wir uns mal die eine music mit komm ich bau den spawner einfach ab mal gucken ich sehe es ja dann bei irgendwie meiner folge die werden sich wundern wenn noch wer hier ist da werden die sich auf jeden fall wundern warum jetzt das glaube ich auch ja vielleicht farmt da auch gerade irgendwer die ganze zeit an dem spawner und dann habe ich was gutes getan die menschheit ich muss irgendwas wegschmeißen hier hat man damit eigentlich heute noch was anfangen weiß ich nicht so nie zu irgendwas benutzt ich dich auch nicht dass man das zu irgendwas sinnvoll benutzen kann mal wieder die nase vorher aufnahmisch noch mal schauen müssen hier scheine breit lecke teile ich sehe gar nichts es wird irgendwie auch da auch anstrengend für die augen wenn das die ganze zudel ist dunkel ist kannst du nicht deine helligkeit ein bisschen hochdrehen wenn wir denn da ist das eine hexe oha ich bin vergiftet und 30 sekunden ich werde auf ein halbes herz runtergehen wie kommt denn die hexe dahin ich muss mich einbauen dass ich keinen schaden bekommen alter steht auf einmal eine hexe mitten im gott bitte nicht da habe ich gerade die hat gefunden Gott in einem halben herz alter es ist immer bei also man fällt in die tiefer als ein halbes herz bei vergiftung aber Alter hast du wenigstens genug zu essen jetzt noch ok das ist schon mal gut so wieder da Ich will die hexe da eigentlich weg klatschen Gefällt mir da ganz und gar nicht aber ich kann die habe ich gerade getroffen oder sie hat mich noch mal vergiftet aber ich habe sie dieses mal wie lange wieder 30 sekunden Ich kann mir mal was kraften von den acht dias ich glaube am meisten lohnt sich ein brustpanzer oder also ein crafting bench ja crafting bench lohnt sich am meisten ein charme table alter ist los ja ja du musst dir mindestens zwei für den charter aufheben den rest kannst du meinetwegen für eine dia brust Ja weil schwert lohnt sich eigentlich gar nicht wenn man ein eisenschwert richtig gut verzaubert dann ist das besser als ein dia schwert Ja ja das ist darum Ich mache lieber ein eisenschwerter Ja ja Die sind billiger und leichter zu farmen als ein paar dias Das stimmt Aber ich brauche halt dias Wie viel hast du jetzt insgesamt? Acht Ich bräuchte noch zwei dann Wenn ich das mit dem brustpanzer machen möchte Ja aber ich finde ja bewusst ist das was lohnt sich eigentlich am meisten Naja Musst du gucken Ja Hose könnte ich auch nicht machen Das ist das Problem Ja ja Wurde ich eingeladen So ich mach das hier Ich spiel das mal Machen wir mal weiter jetzt Hier war ich vorhin Das weiß ich noch Ich baue mich mal hier hoch Hier bin ich vorhin nicht hoch gegangen Das ist noch eine Hexe alter Gibt es Hexenspawn oder so ein scheiß? Ich glaube ja Die machen irgendwie keinen Sound Wenn ich die schlag bei mir Gibt es ein Text Text Shopback? Was hat denn die Hexe gedroppt? Bisschen Lautzeug brauche ich eigentlich nicht Über mir ist wieder die Hier Diese Höhle Ah die Mine Da ist noch ein Spawner Entscheint Und vielleicht kommt die da Ja Hier könnte ich noch mal runter gehen Ah ne hier war ich vorhin Hier habe ich die Dias gefunden Alter ich laufe hier voll im Kreis Eigentlich wäre eine andere Höhle was besseres Weil ich glaube Also ich habe auf jeden Fall nicht die ganze Höhle erkundet Aber Teile auf jeden Fall Ich glaube es ist das Beste Oder wäre das Beste wenn ich jetzt mich erstmal nochmal nach oben mache Und mir erstmal Zuckerrohr hole Ja das wäre das Beste für einen Schaden da zum Beispiel Genau Oh Boah Der stand direkt neben mir der Creeper Hat mir nur ein halbes Herz Schaden gemacht Auch gut Von mir aus Hier geht es hoch Ich laufe jetzt mal nach oben Du hast aber trotzdem Ob das Keinen siehst Ne Jetzt keiner auf dem Störr Krass Ah gut das stimmt Du brauchst ja keine Angst zu haben in dem Sinne Ne Beeil mich grad mal ein bisschen Machen wir den hier jetzt Oh ich bin direkt oben Das ist gut Wo bin ich? Bin in irgendeinem Loch War ich hier vielleicht schon mal? Ok ich bin im Birkenwald Das Ist jetzt nicht so krass Weil Flachland findet man am schönsten Wie das Zeug Da ist Zuckerrohr Sehr schön Habe ich Leder ein bisschen? Ich hatte doch schon Kühe gekillt Drei Minuten habe ich noch Ich glaube ich habe das Leder weggeschmissen immer Oder ich habe mich grad nicht Oh ich bin direkt an der Border Ich bin an der Border Jetzt sagt mir bitte nicht dass das Zuckerrohr da außerhalb der Border steht Dann raste ich komplett aus Nee oder Nee Es geht grad noch Glück gehabt alter Direkt an der Map Grenze Gerade so konnte ich noch ein bisschen Zuckerrohr einsammeln Ne War ja richtig close Ich kann das natürlich hier so nicht lang laufen Ich brauche mal ein paar Kühe oder? Ich habe doch kein Leder Geh jetzt mal mehr Inventar Schritt für Schritt durch Ne Ich habe kein Leder Ja 16 Level das ist schon mal ganz gut Wie viel Eisen? Das Eisen geht Ich brauche auf jeden Fall Eisen für einen Amboss Wie viel braucht man dafür? Drei Blöcke Drei Blöcke und vier Neun Äh neun plus neun plus neun Drei mal neun 31 brauchste insgesamt 31 31 Drei Blöcke plus vier Barren Ja ich habe 43 Ja das reicht Gut Ähm Aber das Leder von diesen Kaninchen das geht nicht wahr? Das weiß ich nicht Weil ich habe das noch nie benutze Und da ich nicht 1,8 spiele weiß ich das auch leider nicht Das ist dummerweise auch nicht Ich brauche ein Buch Deswegen suche ich gerade Leder Und ein Leder brauche ich glaube ich ne? Ja Du brauchst ein Buch Ja ein Leder und drei Papier Aber ich bin gerade im Oh Hier bin ich doch vorhin gewesen Das weiß ich noch Hier bin ich vorhin vorbei Aber ich bin eigentlich in einem relativ günstigen Biom In diesem Fichtenbiom findet man öfters mal ein paar Kühe Aber meine Aufnahmezeit ist ja noch eine Minute vorbei Ich werde es diese Folge nicht mehr schaffen Dann such dir einen sicheren Platz zum Ausloggen Ja Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen was geschafft diese Folge Hier ist noch ein Schaf Hier ist noch ein Schaf Hier ist noch mal ein Eingang in der Höhle oder? Bin ich hier nicht vorhin sogar rein? Also danach werde ich glaube ich mir das da angucken Da ist noch ein Schwein Da ist ein Schaf Ich sehe bloß keine Kuh Da ist ein Spalt Bin ich da rein? Egal ich mach mir das jetzt hier drin Gemütlich So Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Sag ich euch schon mal Von Clash of Minecraft Dankeschön fürs Zusehen Bis dann Tschüss Tschüss Bis dann zurück